Angela Fingererben präsentiert ihren neuen Kurzhaarschnitt Angela Fingererben, 44, überrascht ihre Fans mit einer neuen Frisur Auf Instagram teilt die Moderatorin ein Foto, auf dem sie ihre deutlich kürzeren Haare präsentiert Bin voll im Trend mit dem Shortbarb oder Longbarb oder Bobfahn You like? Daumen hoch oder Daumen runter, fragt sie ihre Follower Der Schritt, sich von ihrer langen Mähne zu trennen, schien der Ich bin ein Star, die Stunde danach, Bekanntheit alles andere als leicht gefallen zu sein Ist ja schon eine Überwindung, lange Haare abschneiden zu lassen, erklärt Angela ehrlich Die Fans reagieren auf Angelas neue Frisur mit gespaltener Meinung Lang ist super Kurz lässt dich viel älter aussehen, findet zum Beispiel eine Instagram-Youserin Finde lang schöner, pflichtet ihr eine andere Followerin bei Bitte lang, kommentiert auch TV-Sternchen Jamila Rowe, 56 Es gibt aber auch positive Stimmen So merkt ein Fan an, es sieht toll aus, viel frischer und peppiger Ein anderer schreibt, die kurzen Haare sehen super aus Zudem sind Kommentare wie du kannst alles tragen oder egal ob lange oder kurze Haare, dir steht einfach alles zu lesen Angela steht bereits seit über 18 Jahren vor der TV-Kamera Unter anderem moderierte sie Formate wie Guten Morgen Deutschland oder Temptation Island Aktuell führt die 44-Jährige durch die 15. Staffel von Schwiegertochter gesucht Die bisherigen ausgestrahlten Folgen waren bei den Zuschauern jedoch durchgefallen, was miserable Quoten für den Sender RTL zur Folge hatte Die Sendungsverantwortlichen zogen daraufhin Konsequenzen und nahmen die Kuppelshow aus dem TV-Programm Die Sendungsverantwortlichen zogen daraufhin Konsequenzen und nachdem Konsequenzen und nachdem Konsequenzen Die Sendungsverantwortlichen zogen daraufhin Konsequenzen und nachdem Konsequenzen